Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Lucky Egg Boss. Und die erste Challenge, die wir heute machen werden, ist, dass wir nur Lucky Blöcke nutzen dürfen. Außer wir dürfen jetzt Blöcke kaufen, weil die kann man nicht aus Lucky Blöcken bekommen. Deswegen nehmen wir Koffeblöcke, aber wir dürfen nicht mehr als 30 haben. Direkt der Erste gegangen, alles klar. So viele Teams haben wir auch gar nicht, eigentlich nur zwei noch mit uns. Die Erstlichen sind alle, weil da noch einer gegangen ist. Ich gehe trotzdem jetzt erst hier rum. Jetzt ist nur ein Team, ne noch zwei noch. Ja, ich versuche den ersten Lucky Block zu bekommen, weil jetzt habe ich Glück und habe eine Waffe. Ja, na schon. Also euch hat das auf jeden Fall gut gefallen, deswegen nochmal. Und in der Rennstelle ich bin, wo das ist ja cool. Und wieder mal über das, was jetzt bald kommen wird. So, ich frage noch bald, weil ich noch nicht genau weiß, wann das kommt. Äh, dürfen wir Essen kaufen? Ja, ja. Naja, Essen kriegst du auch nicht da raus. Ja, wir müssen noch viel für Upgraden. Die haben übrigens das Schwert da, das heißt wir müssen unbedingt jetzt ein Schwert kriegen. Oder wir kicken die runter. Ja, oder so halt. Du kannst das Bett vielleicht mal einbauen, also das Ei. Reden wir mal über das neue Format. Hätten wir mal ein bisschen mehr Not-Dock-Pro-Commerce runtergeschlagen, das ist. Und zwar haben wir uns schon lange, diese Idee, hatten wir lange diese Idee. Und zwar, ich will noch nicht ganz spoilern, was das ist, weil sonst ist das nicht mehr so interessant. Und ich habe einen Trank, das es befällt. Ja, dann kannst du den abwerfen. Und zwar wird das Projekt jetzt irgendwann bald starten, ich weiß es gerade nicht genau. Wir müssen noch was vorbereiten dafür. Und das könnte etwas dauern, weil wir nicht so die Ahnung davon haben. Genau, wir müssen... Irgendwas ist interessant. Wir wollen so ein Mini-Intro haben, also falls ihr vielleicht sowas könnt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Also falls ihr irgendwelche... Und bitte nicht irgendwas, was so ein bisschen leicht aussieht, sag ich mal so. Also es sollte schon geil aussehen und nicht irgendwas so sozusagen billiges. Ja, das können wir weiter besprechen, sobald wir das dann haben. Also falls wir dann ein bisschen... Oh, die kommen rüber, ne? Ich habe einen Bogen. Wieder ab. Wir müssen unbedingt upgraden. Wenn wir die upgraden, haben wir... Ja. Ja, wann kommt der denn mal? Hat der mit den Trank abgeschmissen? Ja, er wird stehen. Oh, er hat einen Wither-Effekt oder so. Nein, das ist einfach Schaden, oder? Nein, nein, der hat einen Wither-Effekt bekommen. Das gibt doch absolut noch andere. Komm mal ein bisschen näher. Der guckt mich halt an. Der guckt mich halt an. Ach nee, der hat ein Brot, oder? Ach, sie sucht. Mach du dich einfach bereit? Ja, mitzig, der kommt noch niemals Menschen in die Schrift. Da wissen die eh schon Bescheid. Nicht genau, was für ein Projekt es geht, oder so. Doch, eigentlich schon. Doch, doch, doch. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir können es ja mittlerweile sagen. Denn wir haben vor, die Challenges von den Buddys, die Skywars Challenges, auch zu machen. Und dann mit uns zu betteln. Um zu gucken, ob wir die Challenges besser hinbekommen. Genau. Und das wird interessant. Den Typen habe ich dreimal abends angeschossen, aber der lebt nicht. Nee, ich bin schon wieder in den Arm. Was willst du mich? Was? Was ist der Tag? Ja, wir müssen mal woanders rüber vielleicht noch. Ja, ich kann ja mal hier rechts rüber bauen. Dann mach mal. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden heute... Oh Gott, der ist so ein Full Iron Man. Die alle mittlerweile... Wir werden heute die erste Folge aufnehmen. Und ich weiß nicht, wann sie kommt. Wir haben das noch nicht fertig. Wir haben generell noch gar nichts. Und wir hätten das halt gerne so ein Intro. Und... Ja. Eine Idee haben wir schon auch. Ist mir auf jeden Fall sehr cool, denke ich mal. Wir haben schon die... Hätte ich wieder mal geguckt, welche wir machen können, welche wir nicht. Aber die haben das Bett sogar eingebaut, ne? Immer wieder. Du musst besser eine Spitzerkamme, ne? Ja, ich muss unbedingt eine haben. Und ich glaube, es könnte echt... echt ganz cool werden. Das hier. Ja, wir sind tot. Was soll man da machen, ey? Ich bin natürlich schreckt am Arsch der Welt. Wie müsst ihr jetzt mit der Forst hochboxen? Kann ich mir sprinten. Und du Blöcke, ich brauche noch mehr zu. Mach du. Warum ist vor, war auch so weit oben, Mann? Ach unten. Deine muss schon essen. Den einen habe ich runtergeschmissen. Ja, der hat unsere Sitzel. Ich habe nichts. Der hat sich wieder aufgegraben. Ich glaube, der hat keine Spitzhacke bei. Der hat sich selbst einen Trank gegeben. Ja, weil der Dumme ist. Wieder auf. Hol du wieder Gold. Boah, ich habe drei Herzen, ne? Ach, ich habe genau 20. Habt ihr nochmal unterbrochen? Wir brauchen dringend eine Spitzhacke. Ich habe einen Knockback-Stick. Ich lag ihn damit. Nein! Er baut zu schnell ab. An. Meinst du wohl? Ja. Sit da, sit da, sit da. Hat er aber keinen Effekt gekriegt. Eigentlich gibt das Ding negativ. Schlaf weiter, schlaf weiter, komm. Unser Bett ist rot. Ja, wir sind rot. Mach die andere Seite auf. Ja. 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 Oh mein Gott. Ich habe 50 Gold bekommen. Alles klar. Heilige Scheiße. Er hat unser Bett einfach nicht bekommen. Der steht die ganze Zeit da drin. Der war auf der falschen Seite. Oh mein Gott. Das Bett ist ja links. Und der war rechts. Der hat das Bett nie bekommen einfach. Der hat auch nie eine Spitzhacke gehabt irgendwie. Boah, ich könnte den Spitzhacke craften, wenn der natürlich ... Ich habe drei dieser Knockback-Sticks. Äh, Knockback-Sticks vor allen Dingen. Und einen mystischen Trank. Oh mein Gott, ey. Wie knapp war das jetzt bitte? Wie ruhig wäre es mal so, waren die ganze Zeit nicht konzentriert. Ja, normal, ey. Sorry, dass wir jetzt gar nicht geredet haben. Mal gucken, wie ich das geschnitten habe. Das war jetzt ultra spannend, ey. Der steht einfach da full Iron und der andere full Gold. Gut, dass du den auch irgendwie runtergekickt hast. Ja, der hat aber überhaupt gar nicht mehr reagiert. Ich wähle mal hier ab. Was würde ich denn sagen? Wenn es schneller geht. Oh, das war Hermann, der Typ ist volle Clip. Ich habe mich schon ... Oh, der hat gerade schon zwei volle Clip getötet oder so. Ja, aber der ist direkt auf unserem Weg. Und nochmal drei Lucky Blocks. Er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Nochmal drei Lucky Blocks. Ey, das ist perfekt. Ich habe einen Bogen. Okay. Extra Herz. Ich habe eine Diahose. Nein. Puffy, ey, Puffy ist mega okay. Weißt du, dass ich hier bin? Und Diah-Schuhe? Ey, weiß ich, dass ich hier bin. Bist du bei denen? Ja. Okay. Oh mein Gott, ich habe Puffy. Das hätten wir eben so gut gebrochen. Ich habe das iPhone nehmen. Als ob. Mein Gott. Er hat ein Eisenschwert. Er ist bin tot. Aber sein Bett ist weg. Egal. Ja. Ich bin sogar diesmal equipped. Nur weil er runtergefallen ist. Ich habe eine Brustplatte. Schadeschutz 1. Oh, das wäre so schön gewesen, wenn das die OP-Brustplatte wäre. Der hat nur ein Eisenschwert im Land gehabt. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich bin zurückgelaufen, als er runtergefallen ist. Weil ich natürlich nicht bin. Warum soll ich zurücklaufen? Ich bin da hingelaufen halt. Als ob du so equipped bist. Ja. Alles klar. Du musst den erst abschießen. Ich habe nur einen Pfeil. Okay, ich muss warten, der kommt. Ich muss den runterkicken. Ich habe ja einen Knockback-Cookie. Ein Knockback-Cookie. Wahrscheinlich ist er auf einmal bei. Der kommt nicht. Doch, der kommt. Ich habe den. Ich habe den. Ich bin aber auch tot. Oh Gott. Das habe ich schon eben bei ihm versucht. Ich bin jedes Mal dahin gegangen. Ich hatte halt diesen Knockback-Teil. Ich hatte halt Puffy halt. Oh mein Gott, das war jetzt so perfekt. Wir haben jetzt nur noch gelb und grau. Wie viel Lack hatten wir denn? Wir sind einfach ohne wirklich Rüstung. Okay, ich hatte ein bisschen Diazeug an, aber... Kamm-Bogen. Aber fast voll Dia. Wie fehlt dir nur der Helm? Okay, er hat das eh gesehen. Ich habe Schuhe. Mit Dornen. Das ist eigentlich perfekt. Weil ich habe das auch mal gehabt, dass ich... dass ich jemanden abschießen wollte. Und ich stand so. So wie hier. Und habe abgeschossen. Und dann hat er den... Hat er den Dornen. Und ich bin dadurch runtergefallen. Und der hat... Ja, ich kann die Lackenblöcke hier in der Mitte aufmachen. Das sind nur so Lackenblöcke. Giftsterne. Oh mein Gott. Ja, wir müssen ja komplett so töten. Naja, wir haben es schon mal geschafft, zwei Teams damit zu töten. Ich habe noch mal einen Bogen. Ja, vor allem nur mit der Faust. Und zwar beide Teams. Ja, was heißt nur mit der Faust? Wir können auch Glück haben, dass wir Sachen bekommen. Ja, aber jetzt hatten wir das erst geschafft, nur mit der Faust. Wir haben ja nichts anderes immer gehabt. Ja. Ich will jetzt mal nicht so lange hier in der Mitte rumhängen. Nee, komm auch wieder, falls der Gelbe gleich kommt. Am Boss? Okay. Und Edgar. Ich bringe Gold mit. Einen Lucky Block will ich noch. Ja, ja, ich bringe ja Gold mit. Komm, Lucky Block. Spawner. Gehst du einmal noch hier das Gold holen? Oh Gott, Tee. Hast du noch einen mit? Wir sind beide ein. Komm. Bitte. Schneeband ist auch sehr geil. Ja, die Schneewelle können wir gebrochen für den Typen. Ach. Der ist mich direkt neben uns. Oh nein, die Kiste ist hochgegangen. Okay, ich will nochmal die Lucky Block. Ist auch eine Kiste? Oder die ist auch hoch. Natürlich. Die können wir vom Bett setzen. Setz die Kiste vors Bett hin. Bleibt das doch nicht an. Ich nicht. Du hast geschlagen. Ich habe eine Rettungsplattform. Nein, ich habe das geschlagen. Warum? Weil das Ding mir gerade in den Weg gelaufen ist. Ach, geil. Sind die jetzt auch noch direkt mad auf mich? Nö, nur der eine ist irgendwie mad, oder? Das ist ein Buch. Was ist da drauf? Weiß ich nicht. Wer hat mich mal ein Schwer hat? Habe ich das eingesammelt, das Buch? Ich habe eine Angel. Schärfe eins. Ja, geil. Wo kann ich das drauf machen? Irgendwo. Ach, mein Jungs. Lass mich in Ruhe. Das könnte es ein bisschen in die Länge strecken. Der ist hier in der Base? Ja, der ist einer rüber. Vielleicht ist er auch wieder zu seiner Base rüber. Ich weiß es nicht. Der ist hier nicht. Wir brauchen auf jeden Fall eine Spitzhackel. Wo ist der graue Bob? Macht der Bob. Was ist der graue? Der hat nicht mal irgendwas gemacht. Oh. Ist da noch ein Buch? Verbrennung 2. Ich brauche eine Waffe, Mann. Ich habe eine Enderperle. Als ob. Ja, das ist gut. Mega geil. Ich gehe mal hier rechts rüber. Ich brauche eine Spitzhackel unbedingt. Der hat nämlich das mit Einstein zugebaut. Ja, natürlich. Spitzhackel. Oh, schräg Dias? Wir werden aber alles mit der Faust abbauen, aber trotzdem. Dafür muss man aber auch die Zeit haben. Eigentlich darf ich ja mit den Dias was kaufen, weil ich habe die ja durch das Lucky Ding bekommen. Ja, natürlich. Die darfst du benutzen. Aber nicht die anderen Dias, die aus der Mitte oder so sind. Ja, die sind nämlich Unfallzauber. Das heißt, ich kann mir ein Schwert kaufen. Oder ich kaufe eine Spitzhackel, oder? Ja, klar. Holst du eine Spitzhackel? Fünf Dias? Mal lieber die Dornhose an. Wenn ich Glück habe, finde ich vielleicht den grauen Blatt das Bett nicht so gebaut. Das wäre doch schön. Wir sagen, wir gehen erst zum Gelben. Weil die Draue scheint ja gar nicht irgendwie irgendwas zu machen. Ja, lass zum Gelben erst gehen. Ja, der Gelbe macht ja auch nichts. Ja, aber der hat das Bett schon. Er ist neben uns und hat das Bett eingebaut. Oh, hat die ihr Schwert. Gib mir, gib mir. Nein, ich nehme das. Ich habe kein Dias Schwert. Ja. Ich hatte aber auch keins vorher. Ich habe einen Schuss. Warte, ich will den erst mal vergiften. Ich habe noch Schadenstrank. Lass ihn erst mal vergiften. Lass ihn erst mal noch schön wirken. Ja, gut, Denise. Feuer geschmissen. Ah, kommt an. Ich vergifte ihn noch mal. Schieß ihn mal an. Oh Gott, ey. Du kämpfst mit dem hier. Ja, schön. Äh, hier. Warte, ich vergifte ihn noch mal. Ich gehe jetzt hier rein. Ich baue das ab. Hab ihn. Als ob. Mit Puffy. Oh mein Gott. Als ob, Mann. Wie easy ist das denn hier bitte? Ich habe einfach einmal mit Puffy gestanden, da war der schon runter. Ja, Puffy ist halt ultra OP, weil es einfach keine Knockbacksticks gibt. Es gibt keine Knockbacksticks. Deswegen ist das einfach schon so mega ultra OP. Aber nicht sollte mich hier runter gefallen. Ich habe eine Enderperle. Fünf vor schlagen müssen. Ich habe siebzehn. Ich krieg mir gleich einen Schäfer einzuschiff. Da ist auch eine Enderperle. Warum werf ich da nicht einfach meine Enderperle rüber? Wenn das jetzt der graue hier ist, weiß ich ja. Warte, wie viel Level hast du? Das ist das Bid von den grauen. Wie viel Level hast du? Das ist blau. Das ist blau. Ja, gut. Wusste ich nicht, dass das blau ist. Wie viel Level hast du? 5. Ich habe einen Steinschwert bekommen, eine Eisenrüstung, 4 Dias nochmal, nochmal eine Effizienzspezacke. Hier neben ist Orange. Der Kopf von dir, wie dieses Stirnband daraus guckt. Der Ball direkt bist du voll, noch ein bisschen näher zu kommen. Wie liegt die Rüstung? Dürfen wir das nehmen? Weil ich meine, das lag ja hier. Ich meine, das lag hier. Schutz 3. Ich meine, das hat er mal da hingeschmissen, ne? Hier ist noch ein Schutz 3 Brustmanzer drin. Ja, alles klar. Noch eine Nuke. Ist das Bett hier geholt? Ja. Soll, hier liegt ein Diaschwert drin. DIA Brustmanzer! Leider nur den Schutz 1. Aber lass noch rübergehen zu ihm. Ja, hallo, ich habe gerade, warte mal, ich will noch einen Lucky Block holen. Hä? Ich habe, guck mal, wie ich jetzt so ausgerüstet bin. Oh Gott, der Typ ist voll DIA. Ja, okay. Oh mein Gott. Äh, falls du was brauchst, ne, hier liegt was? Ja, der hat einen Bogen. Und zwar einen Bogen. Ja, alles klar. Ja, ich habe noch zwei Nukes. Ich könnte die platzieren. Das ist eine... Ich will halt gerne das Schwert haben. Mit Verbrennung. Ich müsste halt einfach nur ein einziges Mal ein bisschen Level kriegen. Geh noch mal ein bisschen. Ich komm noch auf Vergiftungsstände. Komm, wir gehen da hin. Hallo, der Typ ist voll DIA? Ich sehe den nicht mal. Ja, der ist voll DIA. Ich habe ihn gesehen. Da unten, der kann... Der hat Pfeile. Der hat Pfeile, aber nicht den TNT-Bogen. Das hat halt ein Skelett getötet oder so. Nein, der hat einen verzauberten Bogen. Nein, das ist normaler. Er hat schon gekauft mit Dias. Da gibt es ja auch noch eine. Ich habe halt die Ender-Perle, aber wir sollten irgendwie gucken, dass wir beide eine haben. Ja, wow. Versuch in die Mitte zu kommen. Ich habe Level bekommen. Ich brauche ein... Ich brauche ein... Du meinst nochmal hier im Haus ist doch ein... Ambros, ne? Ambros. Ambros, ne? Ich glaube, hier ist der DIA-Spawner geupradet, aber den dürfen wir nicht nutzen. Ähm... Ich bin der Mitte übrigens. Ja. Mit Gold oder so, ne? Der Typ kommt rüber. Okay. Hier ist ein Ambros drin, aber ich habe keine Spitzhacke. Und hier kommt kein Lucky Block doch jetzt. Vielleicht krieg ich die Spitzhacke? Ich habe den Typen runter. Als off! Ich habe den runtergeknock... äh, runterge... Er hat das Spiel verlassen. Ich glaube, da hat er kein Bett mehr. Kann das sein? Doch, der hat das Bett noch. Der Graue hatte das. Der hat das Spiel verlassen. Steht noch da. Vorher. Und dann hast du... Ich habe ihn einfach... Der hat Weifer voll dir. Ich habe den so eine Combo gegeben. Dann habe ich ihn mit Blockhitten, weil viele meinten in den Kommentaren, warum blockhittet ihr? Genau deswegen. Genau deswegen. Oh mein Gott. So, Leute. Das war's mit dem Video. Wir hängen keine zweite Runde dran. Wir haben zwei Runden jetzt aufgenommen. Nur Abfucker jetzt mittlerweile. Wir hatten einfach mega Glück in der ersten Runde. Schreibt gerne nochmal Challenges rein und freut euch auf das neue Format, was... Irgendwann jetzt nächste Woche wahrscheinlich kommen wird. Mal schauen. Hoffentlich. Ja, genau. Und macht's gut. Bis dann. Ciao. Achja, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.